Schalten Sie Ihren Rechner ein. Wir sehen nun den Sperrbildschirm. Klicken Sie auf den Sperrbildschirm an oder drücken Sie eine beliebte Taste. Wir sehen nun den Anmeldebildschirm. Klicken Sie mit der Maustaste auf das Kennwort an. Tippen Sie mit der Tastatur Ihren Kennwort ein. Klicken Sie mit der Tastatur auf Enter. Wir sind auf dem Disco-Bereich.